Der Zirkusbär, der Hafer frisst. Jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und Bierkanter hatte ich euch ja schon vorgestellt. Jetzt präsentiere ich euch auch noch ein Bier von Ihnen und zwar in aller Ausführlichkeit. Und da ich ein großer Bärenfreund bin, lag es relativ nah, dass ich den Zirkusbär, das Oatmeal Stout aus dem Hause Bierkanter, mir heute vornehme. Das Ganze hat 5,5 Volumenprozent Alkohol und wird mit Pilsner, mit Röstmalz, mit Hafer und Röstgerste gemacht. Und als Hopfen wurde nur Magnum verwendet. So zumindest hat man mir das gesagt. Das Ganze noch eine Weile haltbar. Temperaturtechnisch sind wir bei, ich würde mal sagen, 8, 9 Grad. Das ist, denke ich mal, auch eine gute Temperatur für ein Oatmeal Stout. Kreativbier ist angegeben. Was haben wir denn noch? Hofbrauerei Datzberger. Ja, das haben wir ja dann im letzten Video geklärt. Schöner Bottlecap obendrauf. Hat man bei so kleinen Brauereien nicht immer. Und ich schaue mal, was unter dieser Kappe dann ist. Wie bärig dieser Bär dann tatsächlich daherkommt. Und er hat zumindest obendrauf ein schöner Haselnussbraunes Fell. Oh, schaut doch mal, wie das am Glas hängt. Sehr fein. Das sind, naja, anderthalb Fingerbreit Schaum sind das. Wie gesagt, schöne Haselnussfarbe. Haftet auch schön am Glas. Sehr feinporig. Könnte man fast für Nitro halten. Und unten drunter dunkle, braune, fast undurchsichtige, sogar fast schwarze Farbe. Ja, das, was man eigentlich erwarten konnte. Ein bisschen röstmalzig. Aber auch so karamellig-süßliche Töne. Und ja, auch so eine erdige Note. Aber ich behaupte jetzt mal, die Nase, das ist wahrscheinlich nicht die Stärke dieses Bieres. Also was die Intensität angeht, um Gottes Willen, bin ich nicht blöd, bitte nicht falsch verstehen. Ja, dann würde ich sagen, Cheers! Hätte es jetzt tatsächlich von der Vollmundigkeit her ein bisschen kräftiger erwartet. Ist gar nicht so, also hat eine gewisse Vollmundigkeit, aber ist jetzt gar nicht so dominant, wie ich es erwartet hätte. Hat lustigerweise ein bisschen Banane dabei. Karamell ist drin, ein bisschen Schokolade ist mit drin. Also diese, oh, da hinten ist auch schon ein bisschen Kaffee noch. Und hat eine schöne Würzigkeit. Und die Vollmundigkeit, die kommt so ein bisschen. Ist nicht von vornherein da, sondern am Anfang wirkt das lustigerweise ein bisschen schlanker. Aber es kommt dann mit der Zeit. Und diese Kohlensäure ist sehr, sehr fein, sehr cremig. Legt sich ganz toll an Zunge und Gaumen. Und ja, es hat durchaus einen schönen mittleren, fast schon mittleren bis vollen Körper. Und hinten raus kommt dann so eine Bittere, die sowohl, ich sag mal, eine leichte Hopfenbittere ist, aber auch so ein bisschen an Bitterschokolade erinnert. Also es ist sehr harmonisch, hat eine sehr sanfte, angenehme, süße Röstaromen sind mit dabei. Und es klingt sehr durchschnittlich lang nach. Es ist ein schönes Oatmeal-Stout. Ich hätte mir vielleicht einen Tick mehr von der Vollmundigkeit gewünscht, dann gleich von Anfang an weg. Das sagt man ja dem Hafer nach, dass der da, sagen wir mal, noch ein bisschen hilft. Vielleicht ist da bei dieser Variante ein bisschen gespart worden. Trotzdem ein tolles Bier. Es ist dadurch viel, viel leichter zu trinken. Vielleicht ist das auch genau die Intention gewesen. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Vielleicht wollte man dieses Oatmeal-Stout ein bisschen trinkbarer und leicht süffiger machen. Und ich mag Beeren und ich mag auch den Zirkusbär von Bierkanter aus dem Mostviertel. Und deshalb gibt es von mir 3,5 Punkte für den Zirkusbär von Bierkanter aus dem Mostviertel. Ich werde noch weitere Biere von Bierkanter probieren, sobald ich meine Finger dran bekomme. Und ihr seht sie dann hier am Kanal. Bis dann sage ich Tschüss Papa, Servus, Prost und Ahoi. Wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann Tschüss Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.